Wir kennen unsere Welt nicht. Wir wissen einfach nicht, was da im Mikrokosmos passiert. Denn diese neue Entdeckung von Forschenden am Europäischen Forschungszentrum CERN widerspricht dem Standardmodell der Teilchenphysik. Denn beim Zerfall der sogenannten Beauty-Quarks im Teilchenbeschleuniger LHC entstanden der aktuellen Studie zufolge mehr Elektronen als Mionen. Die Hinweise auf eine ganz neue Physik erhärten sich damit dramatisch. Clixoom Science & Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen und vielen Dank an Petra für diesen tollen Themenvorschlag, den wir über unsere Clixoom Science & Future Telegram-Gruppe bekommen haben. Der Link ist hier unterm i oder in der Videobeschreibung. Das Standardmodell der Teilchenphysik ist unvollständig und irgendetwas Großes bislang Unbekanntes wartet mit großer Wahrscheinlichkeit da draußen noch auf uns. Physikerinnen und Physiker weltweit gehen also davon aus, dass es jenseits des Standardmodells noch Teilchen und Vorgänge geben könnte, die bislang im Verborgenen geblieben sind. Die Hoffnung auf eine neue Physik ist also groß und zudem auch berechtigt. Doch in den vergangenen Jahren war es eher still im Forschungsgebiet der Teilchenphysik geworden. Fachleute scheinen hier auf der Stelle zu treten, seitdem man das Higgs-Boson vor rund neun Jahren entdeckt hatte und somit auch den letzten fehlenden Baustein des Standardmodells. Seitdem wurden keine richtigen neuen Teilchen mehr entdeckt oder besonders spannende und bislang unbekannte Effekte in einem der riesigen Teilchenbeschleuniger weltweit aufgespürt. Doch das könnte sich jetzt geändert haben, denn eine aktuelle Meldung vom CERN lässt aufhorchen. Hierbei geht es um Beobachtungen, die beim sogenannten LHC-B-Experiment am CERN bei Genf gemacht werden konnten, also dem Experiment des Large Hadron Collider, das in einem der vier großen Detektoren am LHC stattfindet. Im Ring des Teilchenbeschleunigers gibt es nämlich nicht nur eine Messstation, sondern derer vier und alle sind spezialisiert. Tatsächlich konnten hier am LHC-B jetzt verdächtige Abweichungen im Teilchenzerfall beobachtet werden und die bringen das Standardmodell der Teilchenphysik gehörig ins Wanken. Dazu einer der beteiligten Wissenschaftler, Mitesh Patel. Die potenziellen Implikationen sind so groß, dass diese Ergebnisse das Aufregendste sind, was ich in 20 Jahren auf dem Gebiet gemacht habe. Es war eine lange Reise, um hierher zu gelangen. Ist das jetzt also der entscheidende Hinweis auf eine neue Physik? Also worum geht es? Das B hinter LHC steht übrigens für Beauty. LHC-B, also Large Hadron Collider Beauty. Der entsprechende Detektor des Experiments ist auf den Nachweis der sogenannten B-Mesonen getrimmt, denn diese enthalten die Beauty-Quarks, die untersucht werden sollen. Im Standardmodell der Teilchenphysik bilden Quarks die elementaren Bestandteile, aus denen Protonen und Neutronen aufgebaut sind. Im LHC-B-Detektor finden in jeder Sekunde 10 Millionen Proton-Proton-Kollisionen statt, wenn er läuft. Eine Aufzeichnung dieser zahlreichen Ereignisse ist nicht möglich, denn das gibt der Speicherplatz einfach nicht her. Und so wird in Echtzeit entschieden, welches Ereignis interessant ist. Das übernimmt ein sogenanntes Triggersystem. Mit Hilfe von zwei Filterschritten kann es herausfinden, ob ein Ereignis ein Beauty-Hedron enthält, welches dann analysiert werden sollte. Konkret handelt es sich bei dem LHC-B-Detektor um einen Vorwärtsspektrometer. Auf 20 Metern entlang des Stahlrohres sind seine Subdetektoren aufgebaut. Seine Komponenten befinden sich auf einer Seite des Wechselwirkungspunktes, um das Stahlrohr angeordnet und zwar kegelförmig. Am Kollisionspunkt befindet sich der erste Subdetektor von LHC-B, die anderen folgen auf einer Länge von 20 Metern. Neben seiner Länge von insgesamt 21 Metern ist der Detektor 13 Meter breit und 10 Meter hoch. An dem Experiment sind knapp 1200 Forschende aus 16 Ländern beteiligt, unter anderem auch drei Institutionen aus Deutschland. Im Großen und Ganzen geht es hier um große Fragen der Physik und des Lebens, um Materie und Antimaterie. Konkret geht es bei dem LHC-B-Experiment darum, wie Protonen zerfallen, wenn sie kollidieren. Die Fachleute analysieren hier ganz genau, wie diese Kernbausteine im Teilchenbeschleuniger mit hoher Energie aufeinander prallen. Dabei entstehen kurzlebige Elementarteilchen. Dabei sind auch verschiedene Quarks, wie der sogenannte Beauty-Quark. Beim Zerfall dieses Beauty-Quarks entstehen entweder zwei Mionen oder zwei Elektronen, die beide wiederum Teilchentypen der Leptonen sind. Dazu die Fachleute der LHC-B-Kollaboration. Nach dem Standardmodell haben die verschiedenen Leptonen, Elektronen, Myon und Tau die gleichen Wechselwirkungsstärken. Das wird als Lepton-Universalität bezeichnet. Heißt also im Klartext, beim Zerfallen von Beauty-Quarks müssten mit gleicher Wahrscheinlichkeit Elektronen wie Myonen entstehen. Doch genau an dieser Stelle wurde nun die Asymmetrie entdeckt. Tatsächlich gab es bereits in der Vergangenheit Hinweise darauf, dass die sogenannte Lepton-Universalität verletzt werden könnte. Bei Analysen der Protonen-Kollisionen aus den Jahren 2015 und 2017 hatten die Forschenden bereits festgestellt, dass bei den Zerfällen leicht mehr Elektronen als Myonen entstanden waren. Die sogenannte Lepton-Universalität wäre demnach verletzt. Doch in den früheren Analysen waren die Signifikanzen nicht groß genug, um zufällige Schwankungen auszuschließen. Zum Verständnis. In der Teilchenphysik gilt eine Signifikanz von 5 als Entdeckung. Und das verlangt eine Wahrscheinlichkeit von 99,9999 Prozent, also nahe 100. Die Signifikanzen der bisherigen Beobachtungen lagen um den Wert von zwei Standardabweichungen Sigma, also längst nicht ausreichend, um auf eine neue Physik zu schließen. Doch bei den aktuellen Analysen steigt die Signifikanz auf 3,1. Heißt also, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Ergebnis mit dem Standardmodell übereinstimmt, liegt nur noch bei rund 0,1 Prozent. Dazu schreibt das Autorenteam, das spricht für eine Verletzung der Lepton-Universalität. Das ist die bislang präziseste Messung dieses Verhältnisses. Doch wie oben schon angesprochen, braucht es in der Teilchenphysik 5 Sigma, damit es ausreichend ist für eine offizielle Entdeckung. Die Chance auf eine Übereinstimmung liegt da nur noch bei 0,0003 Prozent. Dafür müssen also noch weitere Daten des Teilchenbeschleunigers LHC und anderer Beschleuniger weltweit ausgewertet werden. Erst dann lässt sich möglicherweise mit letzter Sicherheit sagen, ob die Lepton-Universalität tatsächlich verletzt ist. Doch auf die Daten müssen die Fachleute noch etwas warten, denn der Large Hadron Collider geht erst im kommenden Jahr nach einer Umbauphase am CERN wieder in Betrieb, dann mit noch mehr Power. Der Plan sieht vor, dass dann noch mehr Protonen kollidieren und zwar zudem auch mit höherer Energie. Möglicherweise können auch die Kolleginnen und Kollegen aus Japan zur finalen Klärung des Rätsels beitragen, denn auch mit der Hilfe des japanischen Teilchenbeschleunigers Super Keg B werden seit kurzem B-Mesonen in großen Mengen produziert. Dennoch, das neue Ergebnis ist ein weiterer erdrückender Hinweis darauf, dass es eine Physik jenseits des Standardmodells geben könnte und zwar möglicherweise in der Form unbekannter Teilchen oder neuer Kräfte, die wir bislang nicht auf dem Schirm haben. Möglicherweise steckt hinter der Verletzung der Leptonenuniversalität eine fünfte Kraft, eine Wechselwirkung, die die vier bislang bekannten Grundkräfte ergänzt. Diese potenzielle fünfte Kraft könnte, wenn sie denn dann tatsächlich existiert, unterschiedlich stark an das Myon und das Elektron koppeln. Oder wird die Verletzung der Leptonenuniversalität durch ein bislang unbekanntes Elementarteilchen hervorgerufen. Hier käme das sogenannte Lepo-Quark in Frage, das gleichzeitig an Leptonen und Quarks koppelt. Dieses bislang noch hypothetische Teilchen könnte auch eine Erklärung dafür liefern, warum die Ladung von Protonen und Elektronen gleich ist, natürlich abgesehen von einem unterschiedlichen Vorzeichen. Auch die Frage, warum genau sowohl sechs Quarks als auch sechs Leptonen existieren, könnte durch diese Erkenntnisse beantwortet werden. Das Standardmodell hat für dieses Rätsel jedenfalls keine Antworten parat. Dazu der LHB-Sprecher Chris Parks. Wenn sich die Verletzung der Leptonenuniversalität bestätigt, dann würde dies neuartige physikalische Prozesse und Interaktionen erfordern. Weitere Studien zu verknüpften Prozessen laufen bereits. Wir sind gespannt, ob sie die faszinierenden Hinweise der aktuellen Ergebnisse stärken werden. Es bleibt also noch eine Weile dabei. Wir kennen unsere Welt nicht. Wir wissen einfach nicht, was da im Mikrokosmos passiert. Oder zumindest wissen wir immer noch zu wenig. Die größte Maschine der Welt, gigantischer Plan des CERNs, LAC-Nachfolger der Superlehrtiefe. Also da können dann noch mehr Erkenntnisse über die Teilchenphysik gewonnen werden. Und vielleicht kennen wir unsere Welt dann schon in einigen Jahren besser als bisher. Also hier anklicken, anschauen und unbedingt abonnieren diesen Kanal, Clixoom Science & Future. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Bleibt dran.